Aber auch bei mir war es eine Zeit lang so, dass ich mit Pfingsten nichts habe anfangen können. Was bedeutet denn jetzt dieses Pfingstfest, was passiert hier? Was feiern wir als Kirche und natürlich dann, aber was bedeutet das jetzt ganz persönlich für mich? Weil ich muss schon sagen, das ist ein großer Unterschied. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, Menschen genau in diesen Situationen zu begleiten und hier sein zu dürfen. Und zwar ohne jegliches Ziel. Wenn man sagt, den Heiligen Geist einfach im Alltag erkennen, das ist etwas, da hat man ein Leben lang nicht ausgelernt zu sagen, wo kommt mir jetzt diese Heilige Geistkraft eigentlich in meinem Alltag entgegen? Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger. Und ich bin Jester Helena Fürst. Wenn wir den Begriff Seelsorgerin und Seelsorger hören, denken viele von uns wohl an eine Kirche. Ja, vielleicht auch an eine Pfarre. Das ist oft der klassische Bereich, welchen wir mit Kirche und Seelsorger in Verbindung bringen. Doch dies ist nur ein kleiner Teil, in dem Seelsorger geschieht. Es gibt viele andere Bereiche, in denen die Kirche für die Menschen da ist. Dies nennt man im Fachbegriff Kategorialseelsorger. Meint also die Seelsorger außerhalb des typischen Pfarrgeschehens. Dazu gehört zum Beispiel die Obdachlosenseelsorge, die Gefängnisseelsorge, die Telefonseelsorge und eben auch die Krankenhauseelsorge. Genau dort, eben in der Krankenhauseelsorge des Ordensklinikums Linz-Elisabethinen, arbeitet unser heutiger Gast, Annalena Mauschitz. Sie wird uns erzählen, was ihre Aufgabe als Seelsorgerin in einem großen Ordensklinikum ist, warum sie genau diesen Beruf ergriffen hat und was dies alles mit dem Pfingstfest zu tun hat, welches wir vor wenigen Tagen gefeiert haben. Liebe Annalena, herzlich willkommen im Kaleidoskop-Leben. Hallo, es freut mich sehr, bei euch hier sein zu dürfen. In unseren letzten Podcast-Aufnahmen waren wir oft unterwegs, einerseits bei unseren Nachbarn, aber auch in Wien und in Graz. Heute durften wir sozusagen daheim bleiben. Hier im Ordensklinikum Linz-Elisabethinen arbeitet nämlich Annalena Mauschitz seit 2022 als Teil des Seelsorgeteams. Liebe Annalena, du bist 1996 geboren und im schönen Kärnten aufgewachsen, was man auch noch ein bisschen hört, nachher dann. Nach der Matura hast du in Graz Fachtheologie studiert und neben deinem Studium noch die Ausbildung zur Hospizbegleiterin gemacht. Du bist also schon sehr früh mit Kranken, ja sogar mit todkranken Menschen in Kontakt gekommen. Nach dem pastoralen Einführungsjahr in einer Pfarre hier in Linz hast du dich auf die freie Stelle im Ordensklinikum Linz beworben und bist nun unter anderem für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Seelsorge zuständig. Außerdem studierst du momentan neben deiner Anstellung noch angewandte Ethik in Graz. Du lebst in Linz und in deiner Freizeit bist du gerne aktiv und verreist gerne. Liebe Annalena, schön, dass du da bist. Ja, liebe Annalena, als Theologin hat man ja viele Felder, wo man arbeiten kann. Eine Frage, die dir sicher schon öfter gestellt wurde. Warum wolltest du ausgerechnet mit der Krankenhausseelsorge ins Berufsleben starten? Ich glaube, das ist eine Frage, die ich mir sicher selbst auch schon einige Zeit gestellt habe, als dieser Wunsch in mir aufkam. Für mich war eigentlich recht schnell klar, dass ich mit Menschen arbeiten möchte. Und es gibt viele Möglichkeiten heutzutage, dies zu tun. Und ich würde gerne sagen, dass es irgendwie ein großes Ereignis gegeben hat, das mich irgendwie in Berührung gebracht hat, selbst mit Krankenhausseelsorge in Verbindung zu sein. Aber würde ich es mir einfach machen, würde ich sagen, es war einfach Berufung. Also es musste einfach so kommen. Wenn ich jetzt so natürlich auf mein Leben zurückblicke, würde ich sagen, dass ich immer schon sehr viel damit in Berührung gekommen bin, mit Verlusten einfach Menschen begleitet zu haben in diesem Bereich, dass dieser Wunsch in mir aufgekommen ist, gerade dort, wo Menschen erkrankt sind, schwer krank sind, im Sterben sind, einfach da zu sein. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf, einfach da sein zu dürfen, begleiten zu dürfen. Und so kam der Wunsch in mir auf, in die Krankenhausseelsorge zu gehen. Und wobei ich natürlich dazu sagen muss, dass ich zu Beginn als dieser Wunsch in mir aufkam, mich das gar nicht getraut habe, irgendwie laut auszusprechen, habe mich sehr viel selbst damit beschäftigt. Ich glaube, das ist vielleicht vergleichbar irgendwie, wie wenn du den Wunsch hattest, so ins Kloster zu gehen. Das ist so, wie kommuniziert man denn das jetzt im Außen? Hat man dafür Verständnis? Für mich war klar, ich möchte Krankenhausseelsorgerin werden. Wie werde ich das? Ich gehe Theologie studieren in einem Umfeld, wo jetzt vielleicht nicht viele Menschen religiös sind, im Freundeskreis, wo das eher schon etwas ist, das ferner gerückt ist. Ist das natürlich schon irgendwie eine Überwindung gewesen, aber ich bereue es irgendwie keinen einzigen Tag, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe und habe zum Glück auch immer viel Unterstützung erhalten auf diesem Weg. Du warst aber vorher auch in der Pfarrseelsorge, also in diesem Einführungsjahr, wie wir es vorher gehört haben. Was ist so aus deiner Erfahrung der Unterschied zwischen der Pfarrseelsorge und der Krankenhausseelsorge? Ganz einfach könnte man einfach sagen, hier in der Krankenhausseelsorge ist es eine nachgehende Seelsorge. Also ich sitze selten in meinem Büro und warte, bis jemand zu mir kommt. Passiert natürlich auch, aber eher selten. Ich werde gerufen, wo ich benötigt werde, beziehungsweise gehe ich auf die Station und gehe zu den Menschen. Wo man natürlich sagt, in einer Pfarrer ist es auch eher, ich bin vor Ort, ich gestalte Liturgie, andere Angebote und Menschen kommen. Wir haben eine fixe Gemeinde, die einfach schon gewohnt ist, dann jegliche Wege in die Pfarrer zu finden. Und das ist halt irgendwie dann ein großer Unterschied hier im Krankenhaus, wo ich sage, ich suche mir auch ab und zu meine Arbeit sozusagen. Dass eine Krankenhausseelsorgerin eben zu den Patienten geht und vielleicht Gespräche führt, das kann man sich jetzt gut vorstellen. Kennen sich ja einige. Du bist aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterseelsorge zuständig. Das ist vielleicht eher etwas Unbekanntes. Was machst du da und was ist da wichtig? Was in diesem Bereich für uns dazugehört, ist zum einen spirituelle Angebote zum Setzen für unsere Mitarbeitenden einfach im Haus. Das heißt, wir haben Angebote von Tagen der Stillen, wo wir uns einfach zurückziehen. Wir haben Meditationsangebote. Wir haben in geprägten Zeiten, also in der Adventszeit oder in der Fastenzeit, wo wir in unserer Kapelle Impulse anbieten, die einfach einmal Mitarbeitenden anbieten sollen, zur Ruhe kommen zu können, Kraft tanken zu können. Wir begleiten Exerzitien und vieles Weitere in diesem Bereich. Also das ist so ein großer Bereich, das abzudecken und sonst natürlich einfach da zu sein, für die Anliegen der Mitarbeitenden, Hilfestellung zu sein, wo wir das können. Und das, glaube ich, passiert bei uns recht gut. Wir werden ein sehr großes und sehr kompetentes Team haben, das für jeden etwas dabei ist. Du hast jetzt gerade mehr oder weniger die großen Feste auch der Kirche angesprochen, also vor Weihnachten, also Weihnachten und Ostern. Ein Fest, eines der großen, das wir gerade hinter uns haben, ist Pfingsten. Und wie stehst du persönlich zu diesem Fest? Was hast du für eine Beziehung dazu? Um ehrlich zu sein, ist es für mich auch eine lange Zeit so gewesen, dass ich sage, Weihnachten wird gefeiert, Ostern wird gefeiert und es sind bekannte große Feiertage. Ich glaube, die brauche mir niemanden erklären. Aber auch bei mir war es eine Zeit lang so, dass ich mit Pfingsten nichts habe anfangen können. Und es sich mir irgendwann natürlich die Frage aufgetan hat. Man könnte natürlich meinen, spätestens bei der Firmung, wo das natürlich ein Thema ist, rückblickend in diesem Alter war natürlich auch da das noch nicht das Thema. Und dann eben erst wirklich im Studium, das ich genau hingeblickt habe, im Zuge natürlich der verschiedenen Studien, aber auch persönlich, was bedeutet denn jetzt dieses Pfingstfest, was passiert hier? Was feiern wir als Kirche und natürlich dann, aber was bedeutet das jetzt ganz persönlich für mich? Weil ich muss schon sagen, das ist ein großer Unterschied oder kein großer Unterschied. Aber natürlich eben, wie ist es lebbar für mich im Alltag sozusagen, Pfingsten im Alltag zu leben? Also wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, dann könnte ich interpretieren jetzt, dass so der Heilige Geist, der ja zu Pfingsten kommt, dass du den bei der Firmung vielleicht noch gar nicht so gespürt hast, aber dann später. Tatsächlich, wo ich mich dann mit diesem Pfingstfest auseinandergesetzt habe, habe ich mir irgendwie gedacht und ich habe auch eine, meine gute Freundin und Studienkollegin zur damaligen Zeit, die hat auch gesagt, so, da haben wir beide festgestellt eigentlich, es wäre so toll, sich noch einmal firmen lassen zu können jetzt, wo man dieses Sakrament vollständig versteht. Deshalb bin ich ja auch eigentlich ein großer Fan davon zu sagen, es wäre immer besser, ein wenig älter zu sein. Ich glaube, in der Schweiz ist ja auch das Alter 16 bis 18. Ja, je nach Ort. Es gibt schon auch, wo die Jugendlichen sehr eben wie in Österreich jung sind. Es gibt aber immer mehr Pfarren, die tendieren zu 18 plus sogar. Ich persönlich denke immer, 16 wäre ein gutes Alter, so wie die Konfirmation bei den Protestanten, fand ich ein guter Mittelweg. Ich glaube, auch mit 16 hätte ich wahrscheinlich das noch nicht ganz so nachvollziehen können, aber es wäre sicher schon einmal für mich erlebbarer gewesen, beziehungsweise ich wäre wahrscheinlich in der Lage gewesen, schon mehr Fragen zu stellen. Also dieses Bewusstsein, was geschieht eigentlich, so schlimm das jetzt vielleicht klingt, es war jetzt noch nicht so, dass es einen so berührt hat wie heute, wenn man weiß, was da eigentlich geschieht und was so diese heilige Geistkraft eigentlich auch bewirken kann im Menschen, aber auch eben in dieser Welt. Und das darf ich auch jeden Tag im Krankenhaus wieder einfach erkennen. Was ist das, was der heilige Geist oder die Kraft, wie du sagst, bewirken kann im Menschen? Ganz einfach gesagt, ist es eine Energie, eine Kraft, etwas, das einen Mut gibt. Ich würde sagen, was das Beste aus einem herausholt, würde ich einfach, glaube ich, ganz einfach so sagen, wirklich. Und wir haben das ja schon im Alten Testament, wo die Ruach wirklich ganz oft vorkommt, wo wir einfach wissen, die heilige Geistkraft Gottes, die wirkt da. Das wird auch mit Windhauch beschrieben oder ein Lebensatem. Und ich glaube, das merken wir auch heute einfach in den kleinen Dingen, wo man immer sagt, der Windhauch Gottes ist einmal durchgefegt sozusagen. Da tut sich etwas und schenkt Kraft, Klarheit, gibt einen Weg. Ich glaube, das würde ich auch so in diesem Bereich beschreiben. Aber das heißt eigentlich, man kann das gar nicht an einem Fest machen sozusagen oder an einem Sakrament, sondern das kann eigentlich immer passieren, oder? Ich würde mal sagen, natürlich ist eben dieses Sakrament der Firmung was ganz Wichtiges, wo wir das bewusst in das Zentrum rücken und uns dieses vergegenwärtigen. Aber die heilige Geistkraft, sage ich so oft gern, die weht, wo sie will. Also ich glaube, darin darf man auch das Schöne erkennen, wo einem Gott dann im Alltag entgegenkommt und wo man einfach Kraft verspüren darf. Ich würde auch sagen, gerade mit Blick aufs Krankenhaus sind so viele Menschen da mit eigenen Stärken und eigenen Bereichen, in denen sie so viele tolle Dinge leisten. Und das merkt man, wenn da einfach auch die Kraft dafür da ist. Das kennt man ja auch. Also wir im Orden zum Beispiel, wir beten manchmal auch zum Heiligen Geist vor wichtigen Entscheidungen oder vor wichtigen Situationen. Also ich finde schon, man kann den Heiligen Geist, ich finde, du hast schön gesagt, Mut. Also für mich ist Pfingst eben so ein bisschen Fest des Mutes irgendwie. Und ich glaube, man kann schon im Alltag eben, wenn zu passenden Situationen, ein bisschen diesen Geist des Mutes, den Heiligen Geist anrufen, damit er auch unterstützend mitwirkt. Und ich glaube, auch mit den Patienten kann das auch stärkend sein. Könnte ich mir vorstellen. Ja, und das ist es ja auch oft, was es vielleicht benötigt, in Situationen einfach noch einmal Kraft zu haben, Mut zu haben. Weil das ist, ich würde immer sagen, das ist auch ein mutiger Weg, den Menschen gehen hier im Krankenhaus. Aber natürlich gehört das auch zu meinem Beruf dazu, oft diese Zeiten mit auszuhalten, in denen Mut, Hoffnung einfach nicht da ist, in denen nur Verzweiflung ist. Aber auch das ist in Ordnung, auch das darf sein. Beeinflusst dieser Umgang mit vielen kranken Menschen, mit Tod, mit Trauer, beeinflusst das dich auch in deinem Alltag? Oder merkst du, hat das was verändert, dass du in deinem Beruf so oft mit dem konfrontiert wirst? Wie eingangs schon erwähnt, also ich habe ja einen guten Weg hineinfinden dürfen in das Thema. Meine Eltern haben mich wirklich immer sehr gut unterstützt und gute Erklärungen geboten, einen guten Umgang einfach damit gepflegt. Das heißt, ich habe schon eine gute Grundlage mitgebracht. Aber es ist natürlich noch einmal ganz was anderes, wenn man in Kontakt ist, eigentlich täglich mit diesen Themen. Wir kennen es auch oft, wir haben einfach gewisse Tage, wo viele Menschen sterben. Und das macht natürlich was mit einem. Also das ist, glaube ich, auch bei uns einfach so wichtig, dass wir einfach auch gut auf unsere eigene Psychohygiene schauen, würde ich mal so sagen, wie es uns damit geht. Wir sind ja auch immer viel im Austausch im Team. Wir sind auch in Supervision. Aber es ändert natürlich den Blick auf die Welt. Ich würde auch sagen, tatsächlich, es relativiert oft einfach die kleinen Sorgen im Alltag. Das heißt nicht, dass ich die nicht auch habe. Das heißt nicht, dass ich mich nicht auch hineinsteigern kann und mir denke, jetzt aber geht es mir so schlecht. Aber wenn man das große Ganze anschaut, kommt man einfach darauf, wie wenig es benötigt tatsächlich, um glücklich zu sein. Und im Hinblick auf ein Krankenhaus ist Gesundheit einfach ein großes Gut, das nicht unterschätzt werden darf. Und das, glaube ich, ist mir natürlich vielleicht anders bewusst als jemandem, der nicht täglich damit konfrontiert ist. Du hast ja nicht unbedingt einen einfachen Beruf. Also oft mit Kranken, sehr kranken, sterbenden Menschen oder auch mit Hinterbliebenen von gestorbenen Menschen zu tun zu haben. Aber was ist das Schöne an diesem Beruf? Warum machst du den so gerne? Das ist immer, wenn Menschen schon einmal die Frage stellen, magst du deinen Beruf? Und ich schon sage, ich liebe meinen Beruf, klingt das ja schon wie ein Widerspruch, eben weil so viele Menschen krank sind oder sterben. Und natürlich auch sehr viele Krisensituationen einfach sind in meinem täglichen Arbeitsfeld. Aber ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, Menschen genau in diesen Situationen zu begleiten und hier sein zu dürfen. Und zwar ohne jegliches Ziel. Also das ist ja auch immer, was uns als Seelsorgeteam ganz wichtig ist. Das ist, wir kommen ja nicht jetzt mit einer Mission oder das Ziel, dass jetzt alle glücklich hinausgehen müssen, sondern einfach dieses, wir sind einfach da. Und das ist in der heutigen Welt, glaube ich, irgendwie ein kostbares Gut tatsächlich und auch zu wissen. Und wir werden auch im Krankenhaus, glaube ich, ganz stark als diese Instanz wahrgenommen, wo man weiß, da kann man anrufen und dann ist einfach jemand da. Ja, und das ist es halt dann schon, dass mich jeden Tag wieder aufs Neue mich freuen lässt. Natürlich habe auch ich Tage, wo ich mir denke, jetzt würde ich lieber liegen bleiben, aber wo ich sage, ich gehe gerne in die Arbeit. Und es hat bis jetzt noch keinen Tag gegeben, wo ich von der Arbeit, aber auch als ich noch im Praktikum war in der Krankenhausseelsorge, noch zu meinen Studienzeiten, das Krankenhaus verlassen habe und nicht Freude im Herzen gehabt habe. Das kann ich bis jetzt hierher sozusagen eigentlich sagen. Und wir haben ja vorher schon gehört, du bist 1996 geboren, also noch recht jung eigentlich. Ist das jetzt im Kontakt mit den Patientinnen und Patienten, mit den Angehörigen, ist das manchmal ein Problem oder eine Hürde? Oder erwarten sich vielleicht die Menschen, mit denen du zu tun hast, jemanden, der, ich sage es mal so, mehr Lebenserfahrung mitbringt, ein bisschen älter ist? Ich würde sagen, es wird dann zum Problem, wenn ich es zum Problem mache oder wenn ich selbst dann unsicher bin. Also ich habe natürlich auch Situationen gehabt oder mir natürlich die Frage auch selbst gestellt, weil sie mir natürlich auch immer wieder insinuiert worden ist von außen. Also es war kein leichter Weg als junger Mensch sozusagen eigentlich in die Seelsorge im Krankenhaus zu finden, weil es Anforderungen gibt eben, wie man sagt, ein gewisses Alter. Man muss eine gewisse Zeit in einer Pfarrei sein oder in einer Pfarrer sein, so wie man in Österreich sagen würde. Also es waren natürlich viele Hürden, aber ich wusste, ich möchte diesen Weg gehen. Und im Tun merke ich das tatsächlich dann nicht mehr. Es ist eher ein, wie würde ich sagen, ein Vorteil, den ich mitbringe, eben im Vergleich mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die schon sich an einer anderen Lebensphase befinden. Aber jeder von uns bringt etwas mit und so kann auch ich als junger Mensch was mitbringen. Und ich tue sehr viel dafür. Ich habe mich ausgebildet in diesem Bereich. Ich mache Fortbildungen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einfach ein Charisma ist. Das muss einem liegen. Also ich glaube, es gibt sehr wohl auch, wo man sagen würde, ach, jemand mit Mitte 50, Lebenserfahrung, was auch immer für Lebenserfahrung dann gemeint ist damit. Wenn mir das gesagt wird, frage ich mich sowieso immer, was heißt das jetzt genau? Gibt es auch Menschen, die dann trotzdem nicht gemacht sind für die Krankenhausseelsorge? Und das merke ich schon. Und kann man das irgendwie so vielleicht tendenziell sagen, dass du einen besseren Zugang zu jungen Menschen hast, die betroffen sind oder Angehörige sind? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen? Ich würde sagen, das kann man nicht pauschalisieren tatsächlich. Also man würde meinen jetzt, dass junge Menschen einen besseren Zugang haben. Aber ich glaube, das ist einfach wirklich, wie setze ich den Zugang? Also ich als Team arbeiten wir auch in gewissen Krisensituationen gemeinsam zusammen. Einfach, wenn viele Angehörige da sind. Und gerade auch da, wenn junge Menschen da sind oder Kinder da sind, haben wir im Team einfach so viele verschiedene Menschen, die Zugänge haben. Wir wissen im besten Fall, was wir tun. Oder wir bekommen es natürlich auch einfach in den Situationen, spürt man dann, was es vielleicht einfach braucht. Und das kann, glaube ich, jeder, egal wie alt jemand ist. Unsere Patienten sind ja aber nicht nur Katholiken, sondern bei uns im Haus sind Mitarbeiter sowie Patientinnen und Patienten aus allen möglichen Religionen und Konfessionen oder Konfessionslose. Spielt das eine Rolle bei deiner Arbeit? Wie gestaltet ihr das? Oder seid ihr nur für die Katholiken da? Tatsächlich ist mir das schon öfters auch im Krankenhaus begegnet, dass Mitarbeiter verblüfft sind, dass wir eben nicht nur zu Katholikinnen und Katholiken gehen. Ich bin dann auch immer eigentlich auch verblüfft, weil ich mir denke, das ist doch nicht so. Also es ist schon gelebte Praxis seit langer, langer Zeit, dass es eigentlich klar ist, wir sind für die Menschen da. Wir unterscheiden nicht. Es ist egal, wer vor uns sitzt, steht, liegt im Bett. Das heißt, das ist natürlich etwas, ich würde mal sagen, es könnte es einem natürlich vermeintlich einfacher machen, wenn man einen Katholikinnen und Katholiken da hat, weil dann Aufträge sozusagen klarer gesetzt sind. Weil auch zur Seelsorge gehört es ja auch dazu, Kommunion zum Spenden im Haus. Wir haben auch viele Krankensalbungen tatsächlich noch, wo man sagt, das sind dann so klassische Dienste, die erwünscht sind, mit denen wir was anfangen können. Aber wir sind ja einfach da und in diesem Dasein und begleiten, ist es egal, was das Gegenüber braucht. Aber das ist dann eigentlich auch ein Unterschied zur Pfarrseelsorge, oder? Weil in der Pfarrseelsorge, denke ich mal, da hat man dann wirklich nur mit den eigenen Pfarrangehörigen wahrscheinlich zu tun. Also mit Katholiken in dem Fall. Und hier hast du ja mit allen möglichen Religionen und Konfessionen zu tun. Ja, ich glaube, ich würde sagen, es gibt natürlich auch Pfarrern, wo interreligiös oder interkonfessionell natürlich auch gearbeitet wird. Also das würde ich in Pfarrern natürlich nicht ausschließen, aber klassischer natürlich schon, wenn ich jetzt bei einem Sonntagsgottesdienst bin, dass ich da Katholikinnen und Katholiken vor mir sitzen habe und die Dinge, die ich im Normalfall sage, jetzt nichts Fremdes sind. Aber auch das, wie wir wissen, hat sich in den letzten Jahren schon drastisch geändert. Und im Krankenhaus ist es nicht nur so, dass ich sage, ich habe Menschen anderer Konfessionen oder Religion vor mir sitzen, sondern Personen, die sich als nicht religiös schon identifizieren. Und das ist etwas, das auch uns in der Seelsorge natürlich betrifft, weil wir merken, das wird auch immer mehr. Aber die Kranken haben trotzdem das Bedürfnis, begleitet zu werden, jemanden zu haben, weil es einfach ein menschliches Bedürfnis ist. Jemanden, der einen sieht, jemanden, der einen versteht vielleicht in den Situationen, jemanden, der einen mit alles aushält. Ich finde, das ist ein großer Vorteil, den die Seelsorge auch hat, finde ich. In einem Krankenhaus haben die Patientinnen und die Patienten selten die Möglichkeit, oder man würde es halt, natürlich hat man immer die Möglichkeit zu sagen, man verweigert jetzt den Kontakt zu den Ärztinnen und Ärzten, oder man verweigert jetzt die Pflege. Es gibt natürlich sicher viele Geschichten auch in der Pflege, wo sie sagen, naja, die verweigern sehr wohl, was wir jetzt gerade machen möchten. Aber im Normalfall tut das ja niemand, weil ich bin ja da im Krankenhaus, um gepflegt zu werden, um meine Krankheit behandeln zu lassen. Wenn Seelsorge kommt, zu der kann ich Nein sagen. Ich sage immer, es ist wie so eine Blaupause, die auch wir irgendwie machen können. Also, wir können ein Angebot setzen, wir können da sein, aber wenn jemand nicht möchte, dann gehen wir wieder. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein großer, was Gutes sein kann einfach. Ich habe oft das Gefühl, du hast es jetzt schön gesagt, eben, dass die Konfession oder die Religion nicht so im Fokus ist, je nachdem, ob er natürlich möchte oder nicht. Ich erlebe das auch immer wieder, dass ihr wirklich auch auf die Bedürfnisse eingeht, die da sind. Ich habe immer das Gefühl, die Leute suchen einfach auch Beziehung, auch neben quasi Religion ist dann so ein bisschen am Rande, aber einfach ein Gespräch oder in Beziehung treten mit jemandem, der jetzt halt nicht Arzt ist und der jetzt die Aufgabe hat, mir irgendwas zu erklären. Oder die Pflege hat da oft die Aufgabe, jetzt müssen wir aufstehen, jetzt müssen wir waschen, Verbandwechsel machen. Und ihr kommt quasi absichtsfrei. Ihr seid einfach für die Beziehungspflege. Ah, da, so habe ich das immer so ein bisschen im Gefühl. Und es gab ja einen anderen Zugang zum Patienten, als wenn ich jetzt als Pflege, ich weiß, wie das ist, ich habe jetzt Zeitdruck, ich muss jetzt den möglichst schnell dazu bringen, dass er das oder jenes tut. Und ihr seid so absichtslos irgendwie. Genau, und das ist eigentlich etwas, was Seelsorgerinnen und Seelsorger im besten Fall nicht haben, das ist Zeitdruck. Wenn ich schon weiß, ich habe Zeitdruck, dann suche ich erst gar nicht den Kontakt, weil im Normalfall soll das schon so sein, dass ich sage, ich habe Zeit für mein Gegenüber und für die Bedürfnisse und eben für diese Beziehungsarbeit, die einfach auch ihre Zeit braucht, die wir mitbringen. Also wo vielleicht einfach andere Mitarbeitenden nicht die Zeit aufbringen können, weil es vielleicht auch nicht immer passend ist, weil es auch nicht immer vorgesehen ist, können wir einfach hierbleiben. Was machst du, wenn du jetzt in einem Gespräch bist und du merkst, also jemand hat vielleicht sich gemeldet, der möchte gerne ein Gespräch mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger und du kommst jetzt da hin und jetzt merkst du mal die Vibes, das passt irgendwie überhaupt nicht, wir sind ja nicht auf einer Ebene, wir reden aneinander vorbei. Was machst du da? Also versuchst du das irgendwie hinzukriegen oder hast du die Möglichkeit, wen anderen vielleicht vorbeizuschicken oder hast du Tipps, wie man das ein bisschen, wie man quasi in einer Ebene finden kann oder so? Wenn ich das wahrnehmen würde, dass ich das Gefühl habe, irgendetwas stimmt da jetzt nicht oder irgendwie, wir sind nicht auf einer Wellenlänge, würde ich mal zuerst fragen, woran liegt das? Liegt das jetzt an mir? Wie bin ich gerade da? Was strahle ich auch aus? Weil ganz viel in der Seelsorge ist auch dieses Reflektieren, dem Gegenüber das einfach mitspiegeln oder ist vielleicht mein Gegenüber einfach auch so unrund, würde ich es mal nennen? Und das ist auch etwas, das ich auch dann aufnehme und dann auch selbst unrund werde, was auch ab und zu natürlich vorkommt und in Ordnung ist. Und da würde ich dann schauen, woran liegt das? Liegt es an mir? Liegt es am Gegenüber? Ist es jetzt einfach der Situation geschuldet? Weil ab und zu passt es einfach irgendwie nicht. Und auch im Zwischenmenschlichen, ich glaube, nicht jeder ist für jede Person gemacht, würde ich sagen. Und das ist tatsächlich auch bei uns im Krankenhaus, also ich habe das selbst schon auch gemacht, dass ich gesagt habe zu Kollegen, schau du doch mal vorbei. Oder zu einer Kollegin so, wo ich weiß, das könnte passen auch von der Herangehensweise an gewisse vielleicht Methoden, die Seelsorgerinnen und Seelsorger bei uns im Team mitbringen. Das hat ja doch jeder irgendwie so seine ganz eigene, spezielle Art, wo ich sage, das passt. Oder auch zu wissen, es gibt Menschen, die einfach sehr viel Wert darauf legen und eine große Freude haben, wenn ein Priester ist und wenn ich weiß, dass unser Priester im Haus ist, dann sage ich, schau du doch vorbei. Weil genau darum geht es ja dann zum Sagen, was braucht eben der Patient, die Patientin? Und ich muss mir zum Glück nicht beweisen, dass ich mit jedem kann. Das habe ich schon lernen dürfen. Ich kann nicht mit jedem und ich muss auch nicht mit jedem können. Du hast vorher gesagt, die Beziehung oder ihr habt beide gesagt, die Beziehung ist wahrscheinlich so ein wichtiges Thema in diesem Kontakt von Seelsorge zu Patientinnen und Patienten und auch Angehörigen. Jetzt schwenke ich wieder zurück ein bisschen zum Heiligen Geist und zu Pfingsten. Ich denke, die Beziehung zu einem Konkreten gegenüber ist ja doch wesentlich einfacher und konkreter natürlich auch als so eine Beziehung zu einem Geistwesen, zu einem Heiligen Geist. Wie ist deine Beziehung zum Heiligen Geist? Für mich ist es ein leichtes, nachdem ich einfach, wenn man sagt, den Heiligen Geist einfach im Alltag erkennen. Das ist etwas, da hat man ein Leben lang nicht ausgelernt zu sagen, wo kommt mir jetzt diese Heilige Geistkraft eigentlich in meinem Alltag entgegen. Und das darf ich dann auch in Menschen erkennen. Ich darf es erkennen in meiner Arbeit, in diesem Tun, was ich daraus lerne, für mich und mein Leben und darf dann wieder wissen, okay, da wirkt gerade dieser Heilige Geist oder in Momenten auch in Krisensituationen im Krankenhaus, bei denen wir hinzugezogen werden, wo auch ich ratlos bin, wo auch ich da stehe und mich frage, wie kann eigentlich das möglich sein? Wie kann ein Gott das zulassen? Also das sind auch Momente und Fragen, die auch ich mir stelle und da trotzdem die Kraft zu haben und die Gewissheit einfach zu haben. Und ich glaube, das würde ich im Letzten sagen, ist einfach auch Glaube, darauf vertrauen zu dürfen, dass dieser Geist weht. Und was aber trotzdem ein bisschen schräg ist, so nenne ich es jetzt einmal im christlichen Glauben, das ist diese Dreifaltigkeit. Da gibt es, also wir sagen, wir haben einen Eingottglauben und trotzdem sind es drei. Wie erklärt man das? Ich glaube, das ist etwas, da haben sich schon sehr viele Menschen, sehr lange Zeit, sehr viel darüber gestritten. Da haben sich ganze Gemeinschaften gespalten an solchen Fragen. Also ich glaube, wenn wir jetzt in die Tiefe gehen sollten, wie wir das jetzt erklären oder nicht, da könnte man jetzt theologisch sehr ausholen. Aber ich glaube, genau das ist es eben, dieses Verbundensein ineinander eben auch. Und das ist ja auch am Pfingsten die heilige Geistkraft, die ausgesendet wird von Gott, die uns miteinander verbindet, die uns mit Gott verbindet. Und das ist einfach diese Verbundenheit in diese Trinität, also bei diesen drei göttlichen Wesen, die aber dann doch eines sind. Ich glaube, das ist, man könnte jetzt mir nachsagen, ich mache es mir einfacher, aber ich würde sagen, das ist halt einfach auch ein Mysterium. Ich glaube, umso mehr ich versucht habe, auch Gott zu verstehen und umso mehr ich versucht habe, mir große theologische Gedankenkonstrukte anzumeignen, bin ich auch draufgekommen, ganz verstehen kann man es nicht. Und genau das ist aber auch in Ordnung, das muss man ab und zu aushalten. Also ich merke das schon, dass auch bei mir der Glaubenszweifel kommt, dass ich mir denke, wie jetzt drei in ein, muss das überhaupt sein? Aber dann im Letzten auch wieder sage, ja, es ist gut so, es passt so. Und solange man kritisch immer die Frage sich stellen kann, macht es auch Spaß, an diesen Gott zu glauben. Jetzt noch eine Frage zum Heiligen Geist oder zum Pfingstfest. In dieser Pfingstgeschichte, da geht es ja auch darum, dass die Jünger den Heiligen Geist empfangen haben und dann in fremden Zungen sprechen. So steht es ungefähr in der Bibel. Heute hat man oft den Eindruck, dass Menschen, die auch dieselbe Sprache sprechen, sich nicht verstehen. Kann der Heilige Geist da helfen? Oder kann Glaube da helfen, sich gegenseitig besser zu verstehen? Schwierige Frage. Schwierige Frage. Ich würde mal sagen, das habe ich eh schon gesagt, wo der Heilige Geist weht und Kraft spendet. Ich würde mal sagen, ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist mir zumindest die Kraft gibt, wo ich selbst auch Menschen nicht verstehe, wo ich es auch aushalten muss, dass wir uns nicht verstehen, mir zur Seite steht, dass ich das aushalten kann. Ich glaube, es ist auch eine Erscheinung der Zeit, dass in dieser Fülle, in diesen Arten, wie wir kommunizieren, ist es in der realen Welt, ist es in einer Welt, in der wir uns gegenüberstehen, ist es in einer Welt, in der wir uns digital begegnen. Also auch diese verschiedenen Realitäten, von wo Menschen begegnen, kommunizieren, wie kommunizieren wir, was für Geschichten bringen wir mit. Ich merke, das ist ja oft das Schwierigste. Wie gehen wir miteinander um und wie sprechen wir miteinander? Wie gehe ich mit jemandem um, der überhaupt nicht meiner Meinung ist? Ich glaube, wenn wir in die Welt hineinblicken, ist das ja überall gerade ein heißes, diskutiertes Thema. Und für mich ist natürlich dann Glaube in diesem Setting etwas, das mir die Stärke gibt oder die Zuversicht und Hoffnung, dass es trotzdem seinen guten Weg gehen wird. Dass auch diese Momente, in denen Kommunikation überhaupt nicht gelingt, in denen Menschen sich vielleicht nicht sogar zerstreiten, in denen daraus viel Böses eigentlich erwacht, sozusagen viel Unmut, aber auch gleichzeitig die Hoffnung, dass sich das aber lösen wird. Die Hoffnung und die Zuversicht tatsächlich auch, dass es auch was anderes gibt. Und für mich selbst heißt es dann auch, in so Momenten, wenn ich ein Gegenüber habe, das auch so sein lassen zu dürfen, wenn ich merke, es geht im Miteinander nicht. Ich muss nicht mit jedem kommunizieren. Aber wie wir miteinander dann umgehen, das ist noch die Frage. Da wären wir jetzt wieder beim Frieden. Und die Friedenstaube ist ein Symbol für den Frieden. Und den Heiligen Geist gibt es ja auch als Symbol, als Taube dargestellt. Hat das eine Bewandtnis, einen Zusammenhang? Weißt du das? Ich bin ehrlich, wir sind als Symbol, eben wie in der Pfingstgeschichte, die Zungen aus Feuer, also diese Feuerzungen eigentlich lieber, weil ich eine, ich will jetzt nicht sagen Angst habe, aber schon eine gewisse Abneigung Tauben gegenüber. Das heißt, für mich hat sich das nie erschlossen, warum das jetzt das Symbol für Frieden ist. Weil Friede löst die Taube bei mir tatsächlich nicht aus. Ja, wir müssen jetzt schon langsam zum Ende unserer Podcast-Folge kommen. Liebe Annalena, wir stellen unseren Gästen gerne eine Abschlussfrage, nämlich passend zum Titel unseres Podcasts und deshalb auch an dich die Frage, was inspiriert dich denn in deinem Leben? Die Menschen tatsächlich, Begegnungen mit Menschen. Und da muss ich auch sagen, nicht nur immer die Begegnungen, die mir gut gelingen oder die mir eine Freude machen. Tatsächlich habe ich auch lernen dürfen, Inspiration für mich und mein Leben zu finden in Begegnungen mit Menschen, die mich sehr herausfordern. Also da lernt man ja tatsächlich dann oft am meisten. und ich nenne es immer so, wenn mein sozialer Kompetenz im Speicher aufgebraucht ist und ich vielleicht nicht Inspiration bei den Menschen suchen kann, wende ich mich den Büchern zu und finde dort sowohl in anderen Welten, wenn es irgendwie ganz neue Fantasy-Romane sind, aber auch in theologischen Schriften, wo ich immer sage, wo mir zwischen den Seilen oft auch dieser Gott entgegenkommt, Inspiration für mein Leben. Dankeschön. Danke, dass du heute zu uns gekommen bist und danke für diese spannende Podcast-Folge. Danke. Doch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir Danke fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at Also einfach vorbeiklicken und nachschauen. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung. Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören. Jeden zweiten Mittwoch, oder auf die-elisabethin.at oder auf die-elisabethin.at oder auf die-elisabethinen.at oder auf die-elisabethin.at